Jetzt zeige ich einige Mobilisationsübungen. Mobilisationsübungen besser, weil Hip-Hop einfach immer eine Kombination aus Ganzkörperbewegungen und auch Körperteilbewegungen ist. Und dadurch auch immer beeindruckend, durch diese Beweglichkeit, durch die Lockerhaltung in den einzelnen Körperteilen. Deshalb packen wir jetzt auch mit der Schulter. Wir stehen ziemlich locker in den Knien, nehmen die Hände auf die Hüfte. Und jetzt bewegen wir unsere Schultern einfach abwechselnd. Schön abgehakt. Das kann man dann auch durchzählen. Kann man auch Musik machen, so wie man das einsetzen möchte. Es gibt verschiedene Variationen. Einmal nur die rechte Seite, auch schön abgehakt. Dann die linke Seite. Dann können wir das Wechselspiel von beiden Schultern mit dem Oberkörpereinsatz variieren. Oder auch einfach mal das Tempo variieren. Dass man schneller wird. Und noch schneller. Genau. Genau.